Musik Bist du weiblich? Oh Gott! Bist du schon international gestartet, also in anderen Ländern? Sind Sie eine Springreiterin? Hast du einen Brauner? Hast du einen Zuchtbetrieb? Ähm... Bist du heute schon geritten? Bist du schon mehrmals hier gestartet? Bist du Gerd Sosat? Hast du schwarze Haare? Braune Haare? Orangefarbe Haare? Orange-Blond? Sind Sie Jan Wernke? Was ist denn? Bist du Jan Wernke? Ja, das ist wirklich total ungewohnt. Normal sitze ich ja auf dem Pferd, jetzt bin ich sozusagen im Pferd. Das war wirklich eine interessante Erfahrung und es hat Spaß gemacht, aber es war auch ganz schön anstrengend und ganz schön warm. Das war's motto. Ja, bein deraterialienuser Trust erizte ich zweit! C看